Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute meine Schminkaufbewahrung, den zweiten Teil, da von Lena, der Teil ja schon kam. Und dabei wünsche ich euch jetzt sehr viel Spaß! So, das ist der erste Bereich meines Schminktisches. Wenn wir das aufklappen, seht ihr erst mal mich, also so im Spiegel. Es tut mir leid, ich habe Schlaubersachen an, also bitte nicht wundern. Und da ist das auch nochmal mit so vier Kästchen, sage ich jetzt mal. Und da drüber ist so eine Glasscheibe, die man so auf und zu macht, also was man so auf und zu machen kann. Und das schieben wir jetzt erst mal beiseite. Dann kommen wir zu dem ersten Kästchen. Da sind meine Wattestäbchen drin und meine Wattepads. Einfach um mein Gesicht zu reinigen. Und ja, in dem zweiten Kästchen ist so mein Schmuck, den ich häufig trage. Und zwar einmal diese Ohrringe von I.M. Habe ich zum Geburtstag bekommen. Und dann sind hier auch noch Ketten drin und auch noch einmal Ohrringe von Galeria Kaufhofhandi. Dann kommen wir zu dem dritten Kästchen. Da sind einmal meine Haarspangen drin, einmal meine Schieberhaarspangen von Ebelin und meine Klipperhaarspangen. Dann habe ich hier aus einer Pringles-Dose so was gemacht, wo ich auch nochmal meine Haarspangen reinmachen kann. Wenn ihr dazu ein DIY sie wollt, schreibt es uns in die Kommentare. Dann nochmal ein Feuerzeug und eine LED-Lampe, die ich dann zum Beispiel mal zum Dekorieren benutze. Und in dem vierten und letzten Kästchen habe ich meine Haargummis drin und wieder aus einer Pringles-Dose also so gemacht. Dann habe ich da noch so ein Herz aus Draht, glaube ich ist das, mit Perlen, was ich von meinem Papa von der Hochzeit habe. Dann noch so ein Kästchen, da sind meine Ohrringe drin und die habe ich vor ein oder zwei Jahren zum Geburtstag bekommen von meinem Papa. Dann noch von Amor von Galeria Kaufhof einen Ring. Entschuldigung, dass manchmal meine Kamera nicht so fokussiert, aber naja. Und von The Juvenile das Armband, was ich immer umhabe. Dann habe ich eine Kerze von meiner Schwester mal zu Weihnachten bekommen. Eine Eule, ich bin sehr ein Eule-Fan. Dann noch meine Pinsel, also aus diesem Ikea-Blumenwasen sind es, glaube ich. So meine Pinsel, meine Wimpernzange und das, die ich gerade hochhalte mit dem roten Stiel. Das sind aus meinem Pinsel-Set. Dann mein Ebelin-Ebelin-Ei, also Ebelin-Beauty-Blender, genau. Dann Wimperntuschen, einmal von Catrice, von Essence, dann Lip-Liner und Kajalstifte, von NYX mein Eye-Shadow-Pencil. Dann noch ein Kajalstift von Essence, ein Eyeliner von Essence und ja, genau. Dann stellen wir das wieder zurück und schieben das beiseite, damit wir in das zweite Schrank, zweite, ich weiß nicht wie ich es nenne, ich nenne es jetzt mal Schrank. Und zwar ist auch nochmal in drei Teilen aufgeteilt. Und zwar habe ich da meinen Lidschatten drin, von Essence, von Catrice, von, keine Ahnung welcher Marke, aber das benutze ich auch als Blush. Dann noch von Alverde, mein Highlighter, beziehungsweise Eyeshadow, also Lidschatten. Mein Augenbrauen-Puder. Dann von Revalde, Loup, einen lilanen Lidschatten. Meine Eyeshadow-Base von Astor. Dann von Technik meine drei Lidschatten-Paletten, naja Paletten kann man sich nennen, aber so ein bisschen die in meinem Schminkkalender drinne waren. Zu Weihnachten, genau. Dann noch meine zwei Essence Sun-Club. Und zwar ist das einmal hier die 02. Wieder fokussiert es leider nicht so gut, es tut mir leid. Und die 01 ist das hier. Dann noch von Revalde, Loup war das, ja genau, Astor Growth Trio Eyeshadow-Palette. Da sind auch nochmal drei Farben drinne. Und von Sleek meine Palette, und zwar ist das die All Natural 601. Und in der Mitte sind meine Lipgloss und Lippenstifte. Einmal hier ein Lipgloss von Essence. Dann noch meine Babylips. Einmal den rosanen, den blauen, den orangenen und den gelben habe ich in meiner Schultasche. Dann noch vom BB mein Labello, den wir euch in unserem Favoriten-Video gezeigt haben. Dann von Manhattan ein Lippenstift, Entschuldigung. Und von P2 ein Lippenstift. Das ist die 012 Kärtner Straße übrigens. Und dann noch von BB Young Care eine Lippenpflege, die Farbe spendet. Und zwar habe ich das einmal in diesem rosa-rot und in diesem beige-farben, was ihr da hinten im Hintergrund seht. Und dann habe ich hier nochmal ein Essence, also XXXL Shine Lipgloss und von Yves Rocher und den ganzen Marken. Dann in der letzten habe ich meine getönte Tagescreme von Rossmann. Meine Concealer-Palette von Rovalde Loup. Mein Bronzer von Beauty UK. Mein Puder von Essence, was leicht kaputt ist. Mein Essence Surgie Touch Blush. Und mein Essence Sun Club Bronzing Puder. Das war es auch. Jetzt schieben wir das wieder zurück. Und jetzt kommen wir zu der rechten Seite und letzten. Da habe ich wieder in diesen Ikea-Töpfen Nagellack von Essence, von Catrice, von... Nochmal von Catrice, von Revalde Loup. Von einer Marke, die ich leider nicht weiß. Von Yves Rocher, von P2. Also auch fast alle Marken sind da drin. Und dann habe ich da oben auch nochmal sowas, so eine Art einen Topf, den hat mir meine Mutter mal mitgebracht. Keine Ahnung, wovon der ist. Und zwar von... Einmal von Essence, von Smart Girl and More oder irgendwie sowas. Dann von Technik. Und von Rimmel und auch nochmal ganz, ganz viele Essence-Nagellacken. Und dann in dieser Blümchen-Box habe ich auch nochmal meinen Nagellack-Entferner von Ebelin. Dann mein Nagelset. Nagelsticker. Und dann habe ich da auch nochmal Nagellacke drin. Also ich habe sehr, sehr viele Nagellacke. Zum Beispiel einmal hier von Revalde Loup, so einen Unterlack, also einen pflegenden Lack. Aber auf Farben, zum Beispiel von Maybelline New York Menü, dieses Weiß hier. Und dann habe ich hier auch nochmal so einen Eulenteelichtbehälter. Und da ist auch nochmal so eine LED-Lampe drin. Und die mache ich dann halt auch manchmal hinter... Machen wir zum Beispiel vielleicht auch mal im Video hinten im Winter mal an, da das ganz gut passt, finde ich, mit den Lichtern. Und jetzt kommen wir zu dem Inhalt dieses Schränkjens. Da ist wieder diese Glasplatte. Die schieben wir jetzt wieder auf ihren alten Platz zurück. Dann sind hier Sachen drin, die ich nicht so mag. Die habe ich so in Teile eingeteilt. Da sind nämlich einmal... Also die ich nicht so oft benutze. Die pflegenden Sachen, dann die Schminksachen und die Armbänder. Also die pflegenden Sachen benutze ich schon öfters. Aber die Schminksachen und Armbänder zum Beispiel nicht so oft. Dann habe ich hier einmal von Balea einen Haarschaum. Dann von Hansan eine Handcreme. Und von Kiko so ein Handdesinfektionsmittel. Dann habe ich von Balea einen Lippenbalsam. Und von Isana eine Lippenpflege nochmal. Dann Masken. Ich habe sehr, sehr viele Masken. Wenn ihr mal so ein Maskenvideo sehen wollt, welche Masken wir alles haben, schreibt es uns in die Kommentare. Dann noch so eine Bübchencreme. Dann eine Vaseline. Die ist von Primark. Die hat 1,50 Euro, glaube ich, gekostet. Dann von BB eine Feuchtigkeitscreme. Und die Kaufmannshaut- und Kindercreme. Die gibt es bei DM. Aber ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube auch bei Rossmann oder bei Böller oder so. Dann von BB meine Avocado-Gesichtsmaske. Äh, Creme. Entschuldigung. Dann habe ich hier Schminke, die ich nicht so oft benutze. Einmal von Rovalde Loop. Den würde ich schon oft benutzen. Nur der ist mir leider bei der 5 Minuten Make-Up-Challenge kaputt gegangen. Dann noch ein Cupcake. Da ist so ein Lipgloss drin. Dann noch von TCM oder TCM. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Eisschimmer in Rosa. Dann von H&M einen Schimmerstick. Also so eine Art Bronzer. Und dann noch von Technic mein Bronzer. Hier fokussiert die Kamera sehr, sehr gut, muss ich sagen, finde ich. Und von Eyeshadow. Von Yves Rocher. Einen Creme Schimmer. Dann noch von Lacom. Einen Lipgloss. Und ja. Dann habe ich hier auch nochmal einen von Miss Lean. Eine so eine Quattro Palette. Und genau. Das war jetzt hier drinne. Mit noch diesem Lidschatten von TCM im Blau. Dann kommen wir jetzt zu den Armbändern. Da sind auch sehr, sehr schöne Armbänder dabei. Nur ich benutze eigentlich nicht so oft Armbänder. Außer jetzt das Armband von mir, was ich bekomme von meinem Papa. Und so sieht der Schminktisch in ganz aus. Und das war jetzt mein Video. Zum Schluss verlinken wir euch nochmal unsere zwei letzten Videos. Und das war's. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschau.